sechs schiffe versenkt in rate macht und die schiffe verfasst meint das gerett also ich bin gerade auf dem schiff ankam ich sollte nicht springen hat sonst nix mehr dabei okay passt sei es gesteckt du hast du wieder neue ideen was hast du wieder neue ideen chris hat obs-szenen hat er gestern stundenlang erstellt aber schaut echt cool aus muss echt sagen das sind so diese 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 welcome screens zum zum anfang wenn man labert von beim stream das schaut echt cool aus da sitzt er zum beispiel in der kapitänskajüte an seinem tisch oder er sitzt in der kneipe echt cool nix verraten zu spät zu spät alles verraten ja das ist der außenposten neben unser im westen ja genau der geradeaus ja cool dann machen wir doch gleich er sei doch ruhig man zu spät muss schon schneller schreiben wird dass ich nicht aufgepasst habe gerade warst du fast nicht auf wenn es ziemlich eigentlich ja wenn etwas an einem stream gearbeitet dass dich überraschen die jungs hier kennen ist aber nicht gelesen sorry oder ist eine schaluppe wenn jetzt der chris hier wäre ist das keine schaluppe ist ein galeone in der chris hier wer würde sofort kurs setzen aber der chris ist nicht hier hahaha ja was willst du machen wasser unten drin haben eine pflanze und ja stimmt oder reicht das so eigentlich reicht stimmt es reicht eigentlich bisschen ekel leider ich gib mir gas pvp ist ja nicht schlecht ja 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 ich will noch mal ein paar pve sachen fertig haben genau da können wir auch sonst nicht weiter im level wo ist denn der stieg das ich will wissen wer das ist ja genau weil du auch alle kennst genau ich merke ich merke ich merke jeden feind obwohl mittlerweile müssten wir schon fast jeden namen kennen ich gebe ein bisschen gas dürfte reichen ich habe mich gerade wer charles ist charles? ja es muss an charles abgeliefert werden ach so charles c was heißt denn c wer ist denn c closes es ist das der kleiderverkäufer bei der händler ich habe es auf c ah dumme flaschen ich habe es dann darauf wie ein kleiderverhändler wegen dem anfangsbuchstaben c ach so ist denn wir haben den anfangsbuchstaben verbunden mhm genau oh das ist cool mhm da sind die namen immer gewählt stimmt nicht immer aber meistens tada da ist er oh 30 dublonen habe ich gekriegt oder geil nice hab ich wohl irgendeiner quest fertig gemacht die lobigung freigeschaltet meisterliche schiffsboote naja ok cool daneben same sehr cool so geht's weiter so müssen wir jetzt alles bei dem abgeben ne oder ja müssen wir alles bei einer versuchen ah cool dann bringt sie doch was dass ich meine sachen abgebe 400 dublonen bei mir ja genau läuft ich habe es noch kaum ausgegeben nur einmal wie ich dann legende geworden bin da habe ich ein paar level gekauft bei mir das gleiche ja das brauchst ja man will auch sparen wenn überhaupt aber erstmal haben das ist das wichtigste haben haben oh rüdra 2 sei der händler so jetzt einmal nach Norden das ist übrigens die insel gewesen wo wir zwei athenakisten geklaut haben ja da fahren wir jetzt hin nach schönen erinnerungen oh ja boah wir haben da zwei kisten so war das maglas bay einmal die flaschenposten einmal eine normale beides rätsel spoils of plenty da können wir dann gleich die fische abgeben das ist sehr geil jo ich würde in meinen Norden gehen das maglas dann fahren wir jetzt das das maglas bay nach Norden ja Norden und dann Westen runter fast läuft immer noch mal eins äh eh Norden ja Norden stimmt DHL Simulator hier oder was ich bin dann mal weg hahaha ja dann geh doch na geh doch Chris das ist nix für dich sorry es fehlt zu langweilig für den Chris aber schön dass du da warst schön dass du mal aufgestanden bist Herr Langschläfer ja laut sie wenn wir nicht dabei sind klecksen die sich ein andere schiffe werden nicht angegriffen na hahaha jetzt willst du es uns geben ja wie die Reifen nicht aktiv werden wenn die uns im Weg stehen dann schon ja genau dann schon haben wir vorher auch schon gemacht waren welche am Außenposten und haben wir gleich mal angegriffen also die haben gleich mal die Segel gestrichen und gleich mal aufgegeben wir haben gleich aufgegeben also also weiß ja was du schaust dir unsere Lieferquest trotzdem an ja cool ja wenigstens wenigstens schaust du es an haha auch wenn es meckerst haha ich muss eigentlich der Hai der Hai ist irgendwie nicht mehr getriggert gell er ist weg warum callst du das extra haha ja haha ich hätte nichts sagen sollen ja gleich komm da haha die sind auch schon kommen hier wird auf jedes andere Schiff eingedreht haha also wir hatten schon mal einen Kampf heute ja immerhin immerhin wir seid nicht die pvp fetischisten ja genau wir wollen zwar schon pvp aber nicht immer ja Ruhe auf den hinteren Bänken wenn ich pvp sehen sollte dann könnt ihr auch selber fahren ja dann kommt doch dann kommt er auf unseren Server und macht pvp haha was müssen wir hier machen ähm wir haben ja eine normale athena und eine normale ähm beide riddle na ok dann fahr ich zur seitlichen an das ufer jeder könnte eine riddle machen ja genau cool ich find dich schon haha komm doch komm doch komm doch komm lauti selber hopping hahaha dann macht einer auf Streamsniper haha wer solche Freunde hat braucht keine Feinde haha haha macht jeder eine oder? ja genau würde ich auch sagen also eine große eine kleine halt die kleine ist ja schon da bis dahin ist 14 uhr Ego wieder da Ego kommt um 14 uhr wieder oder wie? ich hab Ego schon gefragt aber der ist eigentlich grillen und dann anscheinend ist er wieder zurück der wollte heute mittag nämlich grillen nordwestern 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 ist ähm du machst jetzt die äh textaufgabe oder? ist ein zwei textaufgaben ja achso ok machst du die erste die auch ich hab die zweite übernommen ich hab die kleine haha ok die auf 3 uhr mach ich die auf 2 uhr hä? 3 uhr? ne ja die andere ist die nämlich auf 9 uhr die von der Flaschenpost Flaschenpost? also die machst du? ah ok wir haben ja 2 hier also ja lohnt sie halt meistens nicht weil es ja Flaschenpost fest ist aber vielleicht kommt ne? wenn wir eh hier sind die haben ja nicht an sie fangen schwer ja vielleicht lohnt es ja oder wir kriegen das Sehfahrrad fest ja jawoll da machen wir hin ja ja dann machen wir machen wir jeweils eine also du machst dann halt die kleine die Flaschenpost? ja ich komm gleich der Ros noch dazu so ist es nicht ja genau lautzi cooles Emoti geil was ist denn das für Streamer? was ist das deins? channel dude 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 spy dude kenne ich gar nicht dude ist das nicht die COC streamerin? also die also eine große oder wie? große COC streamerin? das ist die meistens die die am größten ist das ist von der Sicht die meistens war aus Dänemark ach Ego labert scheißiges dann sagte er uns auch er ist nicht da und dann hat er mit Dings hier gespielt hab die gelöscht soll er machen? ich frage nicht mehr naja ok das mit Stern war verabredet mit ihm ja eigentlich ich glaube dann kann man sagen uns labert er was anderes rein ist da mit der Latte mit Stern bin ich auch durch die zickt er auch nur rum ok naja bis 21 Uhr war bei seinen Eltern naja ok ja aber heute Mittag wollte er irgendwie grillen gehen oh da ist ja hast du das gar gesagt zu mir oder? das ist eine Mermaid da unten geil mitverkommen achso ich dachte weil du hast irgendwas gesagt gerade aber ich war irgendwie abgelenkt ich geh mal kurz zu Mermaid die können ja alleine machen das ist eine das ist eine blaue ich brauche bloß ein bisschen Heilung aber ich bin schon ein bisschen angeschlagen ein kack Skeletten ich kann jetzt nicht mehr laufen hallo jetzt ab ich glaub die Feststelltaste war gedrückt wo ist denn hier ich brauche Obst ich hab sonst immer Obst gefunden Obst hallo Obst what the fuck an jeder Insel ist immer Obst an jeder Insel ist immer Obst das ist eine zweite da sind ja zwei ja krass in der Bucht sind zwei blaue ne eine rote scheiße eine rote mussten wir helfen also ich bin jetzt hier auf der südöstlichen Seite da ist eine rote Mermaid und in der Mitte ist eine blaue voll geil alles klar komm wir machen es gleich ja das coole ist da müssen wir gar nicht tauchen hier das ist ja cool wenn jetzt mal Obst finden wird dann wäre alles gut das ist das falsche da auf euer Herr Riff kann es auch das hier sein das ist hier irgendwo Obst das weiß ich wie das ist da oben da gibt es zick besser was ist das falsche ja falsche quest oder wie ne falsches darerfeuer achso am großen Lager gegen den Nordwesten wo ist der Lager ist das hier dann ist das darerfeuer und hier ist noch so ein kleines anderes feuer ja endlich Obst gefunden Nordwesten das hast du bist im Nordwesten jetzt grad Nordwesten ist hier ok ja mach das noch ich mach dann dabei die andere ähm hm ok ich bin jetzt auf hier wegen dem Lara und sowas das ist doch jetzt Lara noch ist ja Nordwesten oder nicht wenn du in der Mitte bist dann ist das Nordwesten in der Mitte hinten irgendwo also ganz oben wahrscheinlich aber boah das ist ne quest die hab ich euch schon gemacht es können aber auch das Lager da sein ich 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 hab die selbe Aufgabe immer gehabt dass man genau da oben das Lagerfeuer finden muss und ich hab's nicht gefunden ums Frecken nicht ich hab die selbe Aufgabe immer gehabt hier auf Smugglers Bay ich hab die scheiße nicht gefunden hab's äh hab's äh ist ne anderes Lara aber ah ok ne wunderschöne Seefahrer ähm ähm bin tot oder ne ich leb noch ne ich leb noch du hast eine ein Skelett gefunden wahrscheinlich Explosion äh 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 die Lörkbots die hab ich doch eigentlich rausgelöscht ähm äh 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 ähm 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 die sollten eigentlich keine Dings keine Statistiken gönn Ah, 60.00. Another TV-Viewer ist auch ein Bot, oder? Ja, another Twitch-TV-Viewer. Lurks ist ein Bot. 0x auch. Apicot Dirtfood auch davon. Okay, das sind relativ neu. Die habe ich noch nicht gehabt. Das wusste ich nicht. Den 0x kenne ich noch gar nicht. Ich habe die anderen Bots alle gesperrt. Aber die kenne ich noch gar nicht. Die muss ich auch noch aussperren. Ich glaube, ich bin Schiss-Arts. Mit 60 Stunden? Ja, ich glaube schon. Also entweder ist das gerade noch Steuermann, oder ist das schon Schiss-Arts? Du musst mal ausserbezeichnen Coins eingeben. Dann kommt, glaube ich, der Wang. Äh, nicht Coins. Ach, ich bin blöd. Außer Verzeichen Gold. Oder Rank. Oder Rank, genau. Tschüss, Arzt. Jawohl. Versauen Sie mir, ich bin Arzt. Aber da sieht man nochmal beides. Okay, der Wang. Gold sieht man beides. Ich helfe dir, Moin. Du bist ja oben beim Lagerfeuer. Ich habe es schon gefunden. Achso, sorry. Oh, ich bin tot. Vollschaden. Direkt vor dem Schiff. Vor dem Bug. Nein. Norden. Norden ist hier. Strand gehen Norden. No. Ich muss ja ganz nach oben. Wie komme ich jetzt da rauf? Ich komme da, glaube ich, gar nicht rauf. Da gibt es keine Leiter. Ich muss ganz raus. Am Strand gehen Norden. Was muss ich denn machen? An den Hölzern Ruinen am Strand gehen Norden. Was? Hier schießt jemand. Das war ich gewesen. Okay, gut. Oh, das kann wehtun. Die Ruinen sind da unten. Da gibt es aber hier auch eine Leiter. Da ist die Leiter. Am Hölzern Ruinen. Am Strand gegen Norden. Erstmal Aussicht genießen. Ah, geil. Yeah.